moin moin meine lieben wir kommen heute zum sechsten video und gehen jetzt mal rein ins spiel und wollen erst mal gucken was wir heute alles so anstellen so essen muss ich erstmal für sorgen dass das jetzt mal im hoch kommt 83 prozent ja gut es hilft nichts wir müssen noch mal ein päckchen essen um zu gucken ja letzte päckchen na gut müssen wir sonst bringt das nix gucken wir mal ob wir uns mal ein bisschen leer machen eben jawohl machen wir uns leer das weg das weg das weg das da passt nicht mehr weiter haben wir ein bisschen hier einen überblick schaffen schon ein bisschen länger her schränke da sind 50 kti also doch nicht über ein chip wie ich dachte aber wir sind nicht mehr weit weg können wir die schränke bauen alles klar dann laden wir uns jetzt ein bisschen sauerstoff ein und gehen mal die gegend ein bisschen intensiver erkunden wasser sauerstoff 23 wasser haben wir ja essen essen ist das was mich ein bisschen aber gut so gehen wir mal auf erkundungstour dann haben wir gleich auch zwei eisen drei eisen zwei titan und ein silizium mit einmal zwei eisen 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 und dann gehen wir weiter wohnabteil glas ok kommunikations verlangs oder so geht jetzt aber schlag auf schlag hier gerade wow ok da ist die kiste das ist schon mal schön gucken wir mal drin was ist drin für uns das ist gut die nehme ich mit das nämlich mit und wir gehen weiter das ist nur ein sandsturm das ist okay weiter ja hier erreichen wir jetzt wieder ein neues biome was haben wir hier ein neues brach werden wir uns das hier mal genauer untersuchen die ganzen brachsteile da gehen wir drauf wohnabteil tür ein jawohl haben wir so ist noch nicht voll gehen wir jetzt mal rein und untersuchen das hier mal das sieht gut aus das nämlich mit komm her und das bauen wir uns hier auch gleich wieder auf dann haben wir auch wieder energie ein bisschen gehen weiter da ist was wie komme ich da hin hier drüber alles klar weiter weiter pflanze 200 prozent nahrung 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 brauche ich mir jetzt keine sorgen mehr machen gleich essen dass das das nämlich auch mit kiste nämlich mit kann ich mir gleich da drin eben aufbauen so ist hier noch irgendwas nein weiter so dann bauen wir jetzt hier mal eben die kiste auf na komm her so dann können wir das 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 rein so hier werde ich nachher ausfiltern was ich mit nehme und nicht aber es ist schon klar was wir alles mitnehmen was für uns am wichtigsten ist hier liegt noch so ein teil den baum auch ab stellen wir gleich zu dem anderen siehst du brauche ich dafür nämlich kein material sammeln und haben gleich alles hier ist noch mal ein chip teil nehmen wir mit nahrung die hat nur 150 prozent da ist noch eine kiste gut das nämlich mit die oh da kann ich ja richtig nahrung jetzt machen mal umgucken ist hier noch was nein aber das teil das nehmen wir auch mit und ohne großartig zu sammeln haben wir jetzt schon fast 60 energie für lau das finde ich natürlich super das haben wir dann hier rein so dann machen wir uns auch gleich wieder auf den rückweg das das alu ist wichtig das ist wichtig silizium das kann ich mir später wiederholen gut dann gehen wir jetzt noch einmal im kreis gucken ob hier noch irgendwas ist was uns interessieren könnte hier ist nichts hier ist auch nichts nein weiter gucken hey nein weiter gucken gut weiter gucken nein weiter gucken das geht jetzt gut hier ist eine sackgasse oder ja also wieder zurück da wollen wir nichts mehr hier nochmal runter hier ist auch nichts mehr ja dann gehen wir wieder zurück hier ist eine goldene kiste hey reingucken 600 ich habe sogar ein 600er verloren aua ein sauerstoff den 600er nennen wir mit ein wasser nennen wir hier noch sachen holen wir uns später merken wir uns das wrack und hier hinter diesen felsen ist dann die pflanzen 600er kann ich ja gleich schon mal richtig aufpeppen da kriegen wir ja wieder richtig gut prozente so machen wir uns jetzt mal auf dem heimweg wieder da ist nichts nein ist da noch was es kann irgendwo die nischen können kisten versteckt sein und daher gucke ich mir mal alles gerne hier in der ecke an und durch das ja mehr oder weniger neue update schon ein paar tage her sind hier auch neue sachen reingekommen und entsprechend gucke ich jetzt auch etwas genauer nach wir sehen sauerstoff langt und am himmel passiert auf was es wird jetzt anders der himmel wird jetzt ein bisschen anders und solange hier noch kein wasser drin ist kann man hier wunderbar alles nochmal abgrasen und gucken ob hier noch irgendwas versteckt ist oder nicht wo ich das schon vor längerer zeit gespielt habe ist hier irgendwo in der wand ist noch so eine kleine geheimtür ich muss aber ich weiß nicht mehr wo das heißt wir müssen dann die einfach diese wand hier ablaufen und gucken bis wir dann irgendwann diese geheimtür finden da ist auch noch eine kleine kiste versteckt das weiß ich noch gut sauerstoff ja ist noch gut da brauche ich jetzt auch kein nehmen für jetzt gehen wir mal rein und so wie ich sehe können wir gleich die schränke bauen endlich so gehen wir gleich hier ran die nehmen wir raus und setzen gleich die 600er ein guck mal sieht das schon viel schöner aus jetzt wow so noch irgendeine höhere als 200 nein alles klar äh ja dann wollen wir die sachen mal kurz verstauen weil wir können gleich schränke bauen hm also hier kann ich eins loswerden hier kann ich nichts mehr loswerden hier kann ich noch zwei drei sachen loswerden der 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 das das und das so kann ich noch was loswerden hier kann ich auch noch drei sachen loswerden den den und den nehmen wir da rein so nahrungspäckchen packen wir hier rein wunderbar das kommt jetzt auch hier rein ein wasser wieder mitnehmen nicht dass wir hier wieder einen mangel haben wir haben unseren chip den werden wir jetzt hier auch ein ach übrigens hier unten das hier äh macht ihr mit dem mausrad und ich vermute wohl dass ich da irgendwie mit dem finger immer rankommen ein bisschen wo ist mein monitor und dadurch immer ständig was abbaue äh das schloss gut da ist jetzt der hammer chip und wir können uns jetzt bauplan für beweglichkeit okay bauen wir das machen wir gleich alles was zur verbesserung des charakters führt machen oh stoff die habe ich glaube ich nicht mehr die habe ich nicht mehr da muss ich mir stoff erst besorgen und wir haben unsere schränke endlich haben wir unsere schränke äh eisen dafür brauche ich jetzt sehr viel eisen weil ein schrank braucht glaube ich drei eisen wenn ich mich nicht irre äh wir gehen hier unten im tal ein bisschen und sammeln erstmal nur eisen da gucken wir mal was wir hier alles zusammen kriegen ich hoffe ein bisschen da ist was eisenhaltiges das nehmen wir uns na so einmal weiter nein nein sauerstoff ist alles soweit okay hier ist noch ein eisen nehmen wir mit schon mal ein schrank jetzt kommen wir gleich zum zweiten schrank da jetzt haben wir schon zwei schränke zwei schränke haben wir jetzt schon hier ist ein dritter schrank oh oh musst du sehen dass ich jetzt nach hause kommen da kommen meteoriten runter Hilfe okay alles klar weiter komm lauf um dein leben keine lust dass mich so ein ding gleich trifft da kommt noch mehr ja euioi los rhein rhein da rein da danke das ist ja mit angst gut schränke können wir schon mal bauen dann muss ich mir mal eben kurz im klaren sein naja fangen wir hin mit den schranken schränken an 123 schränke da haben wasser endlich können wir sie bauen 1 hey 2 na passt der dritte da noch rein nicht passt der dritte da nicht rein mann bauen wir wieder ab 12 und dann machen wir es anders machen wir es machen wir das so so kriegen wir noch drei hintereinander wunderbar sondern können wir die sachen jetzt auch ein bisschen sortieren das machen wir auch ich hole noch ein bisschen eisen einmal wasser trinken und weiter was kann da eigentlich runter kam da heißen zufällig mit runter tatsächlich 1 1 1 1 1 2 3 ein schrank haben wir schon mal wieder zusammen so da ist noch ein eisen aber schon wieder zwei schränke zusammen und hier haben wir einen dritten schrank wieder zusammen korrekt 12 hier ist noch einer ich nehme ich jetzt auch noch mal mit hier ist ein eisen aber auch mit jetzt haben wir drei schränke zusammen aber das denn noch mal mit den hier auch noch mal die tern nämlich mit noch ein eisen schön auf meinen sauerstoff achten so und ab nach hause noch mal wieder neuen bauplan ja jetzt geht schlag auf schlag jetzt kommt man auch mit dem bau nicht mehr so schnell hinterher das geht jetzt relativ fix und das wird noch viel schneller alles gehen mir fällt gerade auf ich habe ja einen plan für dieses ding hier dann werde ich mal in dem plan von 100 prozent die sind voll so dann gehe ich auf die pflanze nämlich mit nämlich mit und wächst automatisch wieder neu nach so die macht mir 60 nahrung und die macht 25 ach siehst du im grunde genommen brauche ich nur die bohnen das ist auch schön geht hier rein gut dann brauchen wir mal eben zwei kapseln und dann werden wir die schränke noch ein bisschen anders anordnen zweitig sowieso das haben wir dann gehen wir hier auf kapseln ein schrank zwei schrank drei schränke gut die baum war auch gleich die drei schränke noch mal da haben wir sechs da haben wir auch ein bisschen mehr platz können auch diese komischen kisten hier verschwinden ich muss mir nur jetzt im klaren sein wie ich das genau mache moment mal wie mache ich das jetzt ich mache ich das jetzt 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 das heißt hier muss ich noch zwei heransetzen das heißt hier muss ich gar nicht blödsinn oder 1 2 doch ich muss hier noch eine reihe dran setzen warte mal hin so da haben wir drei zwei die die hier haben wir auch drei das heißt wir müssen auf der anderen seite auch drei hinkriegen 123 das heißt er hier muss dann weg für mich muss der hier weg und dann können wir 123 ja der hier muss weg haben wir das so wie wir es wollen oder ich möchte gut dann muss der hier frei bleiben und dann kann ich hier alles für schränke nutzen das machen wir dann auch so gut 2 und du bist auch ein davor okay ja machen wir das so dann machen wir das so dann werden wir jetzt mal eben die sachen einsortieren so ich nehme jetzt mal was los hat sich das spiel aufgang nein diese kriegen ein eiswürfel ja nicht raus ich kriege das eiswürfelchen nicht raus okay da gehen alle raus wo sie gleich mal gucken hier gehen die eiswürfelchen raus und hier geht das eiswürfelchen raus so werden wir mal ein ein bisschen einsortieren da einmal drauf klicken mit links klick machen wir einmal eis bestätigen rein zack eis haben wir als nächstes suchen wir uns hier was raus ach jetzt gehst du ja gut eisen dann war raus eiswürfelchen alles klar machen den nächsten schrank drauf klicken eisen haben wir eiswürfelchen kommt gleich hier hinten rein zack irgendwie ist dieser eis mach ich jetzt ein wasser draus das ist ein verbackter eiswürfel interessant so habe ich es auch noch nicht gehabt jetzt ist er nicht mehr verpackt jetzt ist er weg so was nehmen wir noch was haben wir ja alu aluminium aluminium da ist nochmal hier ist ein aluminium und nochmal aluminium kommt jetzt hier im nächsten schrank rein so rein da aluminium was holen wir uns jetzt noch als nächster silizium hat das noch ein alu habe ich den völlig vergessen ok nochmal silizium hier ist kein silizium mehr drin gut darauf äh silizium haben wir rein da alu rein da weiter was nehmen wir mit pflanzen die können wir hier erstmal drin lassen im moment iridium können wir mitnehmen nein nein wo ist die stange nein ja einmal da da ist die stange da ist die stange so machen wir jetzt einmal iridium tränken ist richtig ne so so die 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 ich bin ich bin heute ein bisschen brisig im kopf iri wir die die oben jetzt haben wir es das da rein die kommt da rein dann haben wir das auch schonmal geordnet Dann müssen wir gleich noch mehr Schränke bauen, wa? Uran. Kommt mit. Uran. Gut. Machen wir da auch rein. Uran. Zack. So, weiter. Du kommst mit, dich packe ich hier hinten rein. Dafür muss ich dann auch Schränke machen. Das ist das. Das kommt raus. Das packen wir jetzt mal eben hier in die Kiste rein. Haben wir. So, die Kiste ist leer, kann weg. Das kann auch raus. Hier und hier rein. Das kann raus. Die Kiste kann weg. Haben wir. Die Dreieck nehmen wir raus. Das packen wir rein. Und hier machen wir mal in die Pflanzen rein. Das haben wir auch. Oh. Neuer Bauplan. Neuer Bauplan ist super. Das machen wir im nächsten Video. Wir haben jetzt unsere sechs Schränke gebaut. Zwei Kapseln angebracht. Und haben eine goldene Kiste noch gefunden. Die müssten wir dann auch wieder rausholen. Da alles. Und das werden wir auch tun. Aber so im Ganzen nimmt das alles jetzt Gestalt an. Wir haben da oben unser Index. Der läuft auch ganz gut. Wie weit sind wir jetzt hier von den Prozentzahlen? 40 Prozent. Das ist auch in Ordnung. Also dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.